Mit dem aktuellen REX Enterprise Recruitment erleben Sie das intuitive User Interface der neuen Generation. Egal ob als HR-Spezialist der täglich mit dem System arbeitet oder als Gelegenheitsnutzer. Selbstverständlich ist die Ansicht jetzt für alle mobilen Endgeräte optimiert und alle Job Templates für Google for Jobs vorbereitet. Das neue REX Enterprise Recruitment bietet in allen Bereichen eine bessere Übersicht, ein zeitgemäßes Design und schafft eine moderne User Experience. Das Kachelmenü. Auf dem innovativen Kachelmenü finden Sie übersichtlich alle Elemente der Software. Das macht das Navigieren einfach und hilft, sich sofort zurechtzufinden. Der Startbereich. Die neue Übersicht des Startbereiches ist nun optisch ansprechender und übersichtlicher gestaltet. Alle Bezeichnungen sind jetzt AGG-konform. Das Personalmanagement ist hier optional voll integrierbar, denn die Bereiche Bewerbermanagement und Personalmanagement sind in der REX Suite miteinander vereint. Dadurch lässt es sich einfach und schnell mit dem gleichen Zugang zwischen beiden Navigieren. Die Bewerbungsansicht. In der Bewerbungsansicht haben Sie nun drei verschiedene Möglichkeiten. Die Zellenansicht, die Liste oder die Cards. Somit können Sie sich für die für Sie übersichtlichste Variante entscheiden. Die Felder sind dabei frei von Ihnen definierbar und lassen sich individuell anpassen. Gerade die Cards-Ansicht bietet sich vor allem für Führungskräfte oder Fachentscheider an, die schnell alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen möchten. Der Talentpool von Finest Jobs. Im neuen REX Enterprise Recruitment haben Sie eine direkte Anbindung an den Talentpool von Finest Jobs. Hier bekommen Sie potenzielle Kandidaten für Ihre Vakanzen vorgeschlagen und können mit Ihnen in Kontakt treten. Ihre Ausschreibungen werden im neuen responsiven Jobportal aufgeführt. Außerdem wird jede Stelle, die Sie veröffentlichen, automatisch bei Finest Jobs, der Bundesagentur für Arbeit und im Jobbringer, die beliebte App für passiv suchende Wechselwillige, publiziert. Dadurch steigern Sie Ihre Reichweite und somit die Chance, geeignete Kandidaten zu finden. Außerdem können Bewerber bei der Abgabe ihrer Bewerbung mit einem Klick angeben, ob Sie im Bewerberpool der Firma gespeichert werden wollen. Die neue Oberfläche von REX Enterprise Recruitment ist sowohl innovativ als auch zeitgemäß und für alle mobilen Endgeräte optimiert. Mit dem neuen REX ER wird Ihr Arbeiten mit unserer HR-Software noch einfacher, übersichtlicher und intuitiver. Lernen Sie jetzt die Vorzüge des neuen REX Enterprise Recruitment kennen und überzeugen Sie sich von der neuen Oberfläche und Ihren Funktionen. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.